Denn Monte hat es leider nicht geschafft, sich eine Gunnergy-Rolle abzuholen. Daher rolle ich heute ein für seine Oma. Als Rentnerin hat sie mehr Zeit und gönnt sich heute schön mit Raspberry Cheesecake, so wie es der Enkel vorgibt. Dann mit Fullspeed in die Kurve, so wie sie es mag. Anstatt Knöllchen gönnt sie sich heute jedoch entspannt ein Röllchen.